Thomas Struth gehört seit Beginn der 1990er Jahre zu den bedeutendsten Fotokünstlern der Welt. In überwiegend großformatigen Fotografien widmet er sich urbanen und natürlichen Landschaften, Familienportraits und der Darstellung von Hochtechnologie. Die in Serien entstandenen Bilder basieren auf kunsthistorischen Traditionen, erforschen aber ebenso neue Möglichkeiten fotografischer Repräsentation. Thomas Struth, 1954 am Niederrhein geboren, gehört der sogenannten Düsseldorfer Fotoschule an, die sich an den Fotografen der neuen Sachlichkeit der 1920er und frühen 1930ern orientiert. Struth studiert von 1973 bis 1980 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Zuerst Malerei bei Gerhard Richter und Peter Klemann, ab 1976 Fotografie bei Bernd Becher, dem Begründer der Düsseldorfer Schule. Diese ist gekennzeichnet von einer im Selbstverständnis objektivierenden fotografischen Sichtweise aus einer gewissen Distanz, die sich von den journalistischen oder sich einer freien Bildsprache bedienenden dokumentarischen Praktiken anderer deutscher Fotografinnen und Fotografen deutlich unterscheidet. Struth arbeitet an aufeinanderfolgenden Werkgruppen und Bildserien, die sich mit Themen wie urbanen Landschaften, wie Straßenzügen oder Museen, aber auch mit Mensch und Natur beschäftigen. So zeigen seine Architekturaufnahmen menschenleere Plätze und Straßenzüge, die die städtische Entwicklung sensibel dokumentieren. Er arbeitet zunächst, noch ganz dem Konzept Bechers verhaftet, in schwarz-weiß und mit zentral-symmetrischen Kompositionen. Ein Beispiel hierfür ist seine Reihe Unbewusste Orte, ein globales Fotografieprojekt. Ähnlich arbeitet der Künstler in der Serie der Landschaften. Durch die Abwesenheit von Menschen wird auf ihre Anwesenheit und Gestaltung der ländlichen Umgebung hingewiesen. Im Zentrum von Struths Interesse steht dabei das präzise Sehen und insbesondere die Beziehung zwischen Betrachter und Betrachtetem. Der Prozess des Betrachtens und Wahrnehmens von Kunst wird in den Museumsbildern, für die Struth Museumsbesuche aus der Perspektive des betrachtenden Werkes fotografiert hat, dann auch selbst zum Thema. So stellt er in seinen Werkgruppen regelmäßig Sichtweisen auf überkommene fotografische Sujets in Frage, unterläuft Sehgewohnheiten und erweitert auf diese Weise den fotografischen Kunstbegriff. Seit 2008 setzt sich der Fotograf verstärkt mit so grundlegenden Themen wie Industrie, Forschung, Energie und Globalisierung auseinander. Seine Abbildungen zeigen dabei, im Überblick oder im Detail, hochmoderne Anlagen wie Kernfusionsreaktoren oder Space Shuttles, Orte, die für gewöhnlich nicht öffentlich zugänglich sind. Struth fotografiert seine Farbbilder, die er im Unterschied zu beispielsweise Andreas Gurski oder Thomas Ruff jedoch kaum digital nachbearbeitet, mit einer Großformatkamera. Die Aufnahme Outskirts of Ramallah ist Teil einer Serie, die 2011 im Rahmen des vom Sozialanthropologen und Fotografen Frederic Brenner bereits 2008 initiierten Projektes This Place entstanden ist. Es soll Künstler unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen und biografischer Prägung wie Jeff Wall, Joseph Koudelka, Stephen Shaw oder Thomas Struth zusammenbringen, um aus dem jeweils eigenen kulturellen und religiösen Hintergrund heraus Israel und die West Bank fotografisch zu erkunden und selbst Motive auszuwählen. Der subjektive Blick war ausdrücklich erwünscht. Dabei ist This Place in Umfang und Zielsetzung vergleichbar mit fotografischen Projekten aus vergangenen Jahrzehnten, etwa dem berühmten Aufruf der Farm Security Behörde, die USA im Zeichen der großen Depression der 1930er Jahre zu fotografieren. Brenner machte den Beteiligten keinerlei Vorgaben, weder motivisch, zeitlich oder inhaltlich. Einzige Einschränkung, israelische und palästinensische Fotografen sollten nicht dabei sein. Frédéric Brenner wollte nach eigener Aussage Menschen mit einem frischen Blick, die nicht involviert sind in den täglichen politischen Konflikt in Israel, um über die üblichen Mythen und Stereotype hinaus zu gehen. Die beteiligten Fotografen waren zwischen 2009 und 2014 immer wieder für zum Teil mehrmonatige Arbeitsaufenthalte in der Region. Die Beschäftigung mit der Landschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Projekte. Auch Thomas Struth fertigt etliche großformatige Ansichten der Landschaften Israels und der Westbank an, beschäftigt sich bei seinen insgesamt sechs Reisen nach Israel mit religiös und sozial aufgeladenen Orten. Nach der ersten Begeisterung für das Projekt verlässt ihn allerdings die Inspiration. Er sah in dem kargen, trockenen Land zunächst keine Motive. Was er aber gerade als Deutscher sehr wohl wahrnahm, war ein Gefühl historischer Sympathie und Verantwortung gegenüber Israel. Diese wurde allerdings im Angesicht der Armut und der beengten Lebensverhältnisse, der aufgestauten Wut und gleichzeitigen Resignation der palästinensischen Bevölkerung immer wieder auf die Probe gestellt. Struth erkannte Landschaft hier nicht als Naturraum. Vielmehr sei sie Problemfeld, politisches Territorium, Lebensraum, den es militärisch zu behaupten gelte. Vielleicht erhält deshalb auch die Verkündigungsbasilika in Nazareth in seiner Fotoarbeit durch die martialische Betonkonstruktion an der Decke die Anmutung eines militärischen Kommandobunkers. Struths Bild von der zweckmäßig modernen Architektur des Rathauses von Tel Aviv zeigt zunächst einmal die geordnete symmetrische Fassade eines Verwaltungsgebäudes. Im Licht der hereinbrechenden Morgendämmerung wirken die Kanten und Konturen überscharf, umgeben das Gebäude mit einer unheimlichen Aura. Die Stimmung des Bildes ist passend, wurde doch hier am 4. November 1995 der damalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin ermordet. Der strukturiert und dennoch brachial wirkende Ort ist ein von realer Gewalt durchdrungener. Aber auch israelische Hochtechnologie interessiert Struth. Ein mit medizinischer Grundlagenforschung befasstes Versuchslabor im Plasma Lab des Weizmann-Instituts in Rechowort bekommt in seiner futuristischen Anmutung aus dem Blickwinkel von Struth skulpturale Züge. Immer wieder fotografiert Struth aber eben auch Landschaften. Dabei sagt er über sich selbst, er sei kein Landschaftsfotograf. Ich bin immer weniger daran interessiert, Landschaften zu fotografieren. Man kann eine Landschaft nur als potenziellen Ort für menschliche Erfahrungen wahrnehmen. Eine Landschaft braucht weder mich noch dich noch irgendwen sonst. Sie wird erst interessant, wenn sie zum Grundstock für menschliche Erfahrungen, Projektionen oder Wünsche wird. Ramallah ist so ein Ort, der zutiefst von menschlichen Erfahrungen und Sehnsüchten geprägt ist. Auf Arabisch bedeutet Ramallah so viel wie Berg Gottes. Trotz ursprünglich arabisch-christlicher Geschichte ist die Stadt heute durch den Zuzug muslimischer Flüchtlinge, die Geschichte ist, wie so vieles in dieser Region überaus komplex und kompliziert, die de facto Hauptstadt der palästinensischen Autonomiegebiete. Aber auch ohne alle Hintergründe des seit vielen Jahrzehnten andauernden Nahostkonflikts zu kennen, empfindet der Betrachter von Outskirts of Ramallah das Unbehagen. Es beschleicht das vage Gefühl, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Der Blick des Betrachters fällt zunächst auf eine Brache am Rande der Stadt, auf Steine am Ufer eines wie tot wirkenden Weihers, in dessen unbewegter Oberfläche sich der konturlose und bedeckte Himmel spiegelt. Im Vordergrund wächst ein wenig struppiges Grün, manchmal sogar mit kleinen Blüten. Dazwischen aber Staub, Dreck, Geröll und Gerümpel, vereinzelt auch Müllablagerungen. Im Bildzentrum aus dem Tümpel herausragend ein spieriges, abgestorbenes Bäumchen. Klagend spiegelt es sich im gesammelten Wasser, dessen Ursprung vielleicht in den rudimentär industriell wirkenden Anlagen weiter hinten rechts im Bild liegen mag. Ein trockengefallener Verbindungsgraben scheint sporadischen Zufluss aus den dort zu erahnenden Sammelbecken zu liefern. Ihnen gegenüber erblickt man rostige Blechschuppen, notdürftig zusammengeschraubt zwischen Zypressen, eingequetscht zwischen die terrassenartige Feldstruktur eines Hanges, der sich von links in das Bild schiebt. Die weiteren Strukturen und Spuren menschlichen Eingreifens in die Natur sind unklar, erschließen sich für den Betrachter oft nur wenig in Lage oder Funktion. Wir sehen unzusammenhängende Wege und Pfade, Schutt und Geröll, Zypressen und Ölbäume, kargen Grasbewuchs und Sträucher. Dazwischen immer wieder Zäune, Mauern, Drahtabsperrungen als Zeichen von Abgrenzung und Trennung. Erst ganz hinten am Horizont erkennen wir schließlich die eigentliche Stadt, Ramallah, die sich mit schmucklosen, architektonisch einfachen, kubischen Gebäudestrukturen wohl in die für uns nicht sichtbare Distanz erstreckt. Aber auf der rechten Seite, ganz am Bildrand, finden sich Abraumhalden mit Sand, Container, hinter denen sich vielleicht eine Baustelle befindet. Die Stadt wächst, kommt näher, baut, braucht und frisst Platz, das wenige Land, das für die Palästinenser vorhanden ist. Von einem menschlichen Eingriff in die Natur mag man hier aber dennoch kaum sprechen. Der Ort, den wir hier sehen, ist unwirtlich, trostlos und menschenleer. Wir sehen nur Spuren menschlichen Lebens, menschlichen Eingriffs. Ihre Verursacher bleiben indes unsichtbar. Auch gibt es keinen wirklichen Orientierungspunkt für das Auge. Der Betrachter weiß nicht so recht, was er hier eigentlich anschaut, anschauen soll. Vielleicht trägt auch dies zum unwohlen Gefühl bei. Hier ist nichts Schönes zu sehen. Thomas Struth hätte auch die lebendige, durchaus auch lebenshungrige Stadt selbst mit ihren über 30.000 Einwohnern und ihren Lebenswegen als Motiv wählen können. Er entscheidet sich stattdessen für den urbanen Rand, dort, wo Ramallah weiter in seine Umgebung hinausgreift. Eine in die kläglichen Reste an gelassenem Raum hinein expandierende, aber eingemauerte Insel. Denn was der Betrachter hier nicht sieht, weil vom Fotografen nicht gezeigt, sind die Befestigungen des israelischen Militärs, die Checkpunkte, die Mauern und Türme, die Ramallah zur Insel machen. Die ebenfalls von Struth fotografierte Siedlungspolitik Israels, auch im Land selbst nicht unumstritten, tut sein Übriges, den knappen Raum weiter säuberlich nach Israelis und Palästinensern getrennt zu Israels Gunsten zu sichern. Die Fotografie Cha-Roma, East Jerusalem von 2009, zeigt beispielhaft eine sich wie eine Festungsmauer in die Landschaft hineinschiebende israelische Siedlung. Israel und das Westjordanland waren für mich keine angenehme Erfahrung. Sie entpuppten sich als große Herausforderung. Es war schmerzhaft für mich, ein Land zu besuchen, in dem es so viele Konflikte gibt und in dem sich zwei Gemeinschaften prinzipiell wünschen, die andere wäre einfach nicht da. Als politisch und gesellschaftlich interessierter Künstler war ich mir nicht sicher, was es bedeuten würde, in einem Krisengebiet zu arbeiten und ob ich dem Ganzen gerecht werden kann. Hier kann man sicherlich kritisch sein. Es gibt, abgesehen von einem extrem kurzen, sehr allgemein gehaltenen Einführungstext und knappen Einführungen zu den einzelnen Projekten, kaum kontextualisierende Informationen zu This Place. Vielleicht, so vermutet es der Kunstpädagoge Clemens Höxter, ist dies dem Ziel geschuldet, die politischen Klippen, die ein Kunstprojekt über Israel und die Westbank mit sich bringen kann, zu umschiffen. Bekannte ausländische Künstler könnten zwar durchaus einen Beitrag zum Verständnis leisten, dies könnten aber ebenso einheimische Künstler und Fotografen tun, solche aus Israel und solche aus Palästina. Sie könnten dabei möglicherweise aus den Erfahrungen, die sie im Alltag machen, eine kritische Position beziehen und ästhetisch anspruchsvoll umsetzen. Grundsätzlich ist weder heimisch sein noch Gast sein ein Vorteil. Den Beleg des an sich selbst gerichteten Anspruchs des Projektes This Place, dass man nur durch die Augen großer Künstler anfangen könne, die Komplexität Israels zu verstehen, seine Geschichte, seine Geografie und sein Alltagsleben, diesen Beleg bleibt das Gesamtwerk aller zwölf Beteiligten im Angesicht der überaus komplexen Situation, der verschiedenen Sichtweisen, Ängste, Sorgen, der unübersichtlichen politischen Lage in Israel und Palästina schuldig. Bis zum nächsten Mal.